herzlich willkommen so wahrscheinlich krassesten winchallenge hier auf diesem kanal ihr seht es hier das sind die spiele die wir heute angehen werden ich habe mir gedacht spontan wie kann man das kategorie winchallenge vielleicht noch mal auf neues level heben da habe ich mir gedacht erstmal alle spiele back to back so natürlich auch wie kriegt man es noch ein bisschen abwechslungsreicher noch mal neun neue impulse reinbringen ein random made den ich auswählen muss nachdem ich an einem glücksrad drehe das ist das glücksrad beinhaltet streamer mehr als 100 zuschauer heißt ich muss dafür sorgen dass ich den fordner win einfach mit einem streamer der mehr als 100 zuschauer gehen wir auch gemeinsam auf twitch schauen auf twitch wer ist denn also alles gerade live und schreiben bei ihm im chat bio bro ich habe keine winchallenge am laufen hättest du vielleicht los mit mir kurz zwei back to back fortnerwitz einzeln machen übrigens schaffe ich die winchallenge nicht innerhalb der nächsten 48 stunden muss ich nurzeit 28 instant um 15 uhr auf den dienstag in einer kältekammer mit minus 100 grad wenn euch von winchallenge gefallen sollten dann lasst doch gern like und abo da und schreibt gerne in die kommentare was wir vielleicht als nächstes machen können ich bin gespannt mit welchem streamer ich oder vielleicht zuschauer ich das erste erste disziplin der winchallenge beenden muss beziehungsweise die wins einfahren muss es ist ein streamer der maximal fünf zuschauer hat wer sieht wir nach einem pro aus wer kann was 1 bis 5 wins fortnite er macht eine winchallenge insgeheim ah der ist schon drinne bruch winchallenge zwölf stunden oder wie manrisst denn was 1 bis 3 2 1 cosmic eine winchallenge mitarius der ist verifiziert ich bin verifiziert alter noch erzählt junger moin ja klar hast du lust ja kann wir machen yo easy alter ich kriege gänsehaut einfach nur zettel stream ist das geil ich fühle sie jetzt schon das ist erst der erste ich freue mich so riesig auf diese timo guten tag moin tivo alter noah das ist nur schön dass du am start bist du am start bist der ich glaube sie sind direkt vorne der schildbreak und ist einer hat mich gesagt wirst du timo danke danke alle zusammen scheiße und ruhig mal ruhig jetzt für die minis und das ist gut egal zusammenhellen drauf da die brüche die brüche komm bitte 321 alle hier die leiter hoch ja ich bin noch gar nicht da ich muss kommen wir gehen alle und das dauert bis hier hoch kommen noch noch einer noch einer noch auf der buch wo ist der wusste ja wirst wasser schaut wegen der vollen 100 habs auf dich zitrönchen danke dir für den support mein lieber oh mein gott und in dem sinne geht es weiter rein in die nächste runde achtung guck mal was kommt es kommt welche keine schritte keine schritte die kommt von und sie alle sie machen einfach stehen bleiben ja wir müssen gucken nicht dass ich von oben gleich kaputt holzen alles schreiben über das auto ok nein nur du wirst die ja die wissen dass wir hier sind wenn die das angemacht haben weil du ja wirst ich würde tatsächlich jetzt runter gehen auto und einfach weg fahren das brichtigen stein hier ich habe keine ich liege jungs macht nur gegen geht euch da macht nur gegen oh nein oh nein oh nein noah bitte noah die pushen dich die pushen dich äh doch stark einer haste freis freis ich stehe ich scheiße nein 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 oh oh ja oh reicht das über uns genau über uns sind wir ja das reicht gerade so jesus christ hier ist einer vor meiner putze eine drecksau oh nein nein ich bin auch noch nein 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 ich kann nicht mehr weg ja kann auch nicht mehr machen nein ach man das laut vor mir ist ein baum laut ist white 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 hier hat noch einer müsste bei dir sein irgendwo da draußen ist drecks fisch oben auf dem balkon zwei beide arbeitarbeiter ich bin da ich bin da ich halte die ganze hier kommen neue er kriegt ihr wiederbelebt ich werde wieder es geht nicht ich weiß ich war nichts ja ich komme gegner das war es danke zu zweit der hat weniger falsch und jetzt alle minis aber auch auf dem turm oben auf dem turm er braucht sich rein der bot sich rein zu euch tot nur noch einer ist einer noch das ist ja okay sie beballern die fett wie ich ja gut sehr gut meinst du sind so weit weg landet das sind die einzigen das ist ein 1 gegen 1 da unten zwei teams ja gegen vier super im greifen hier unten hinter dem stein in dem bein pool party für alle es ist nur noch einer genockt bei mir ist noch einer bei mir so einer ich habe nichts zurückgelehnt und geheilt ich habe eine champagne als ihr da alles weg gemäht habt ich danke euch machen jungs das hat so laune gemacht dass wir mitmachen hat dann hier dass wir mitmachen dürfen danke noch mal wie er reagiert wollte aber alle rüber ja mann ist ja alle ist ist derjenige gewesen der uns beim back to back geholfen hat einfach mal rein folgen oben aufs herzchen drücken und liebe da lassen das hat er sich verdient digga gutes squad gewesen mit ihm ich glaube nicht dass es wort ist das ist kein wort ist der win-win situation für uns alle er hat uns zum sieg veräufen und er kriegt auch die nötige aufmerksamkeit die er bekommt hat wirklich spaß gemacht danke dir der korrekte jogger auf jeden fall hat jetzt auch beide wins sind vorne danke danke kurs an euch kurs an euch alle das geilsten wir müssen jetzt leider spinnen für das nächste game welches game wollen wir reingehen ihr seht wir haben noch einiges offen sind bei drei stunden und fünf minuten haben noch spiele wie mb3 und so weiter und so fort jetzt ist die frage wo gehen wir rein wir schreiben fifa fifa abhaken instant heute hat es das heißt wir brauchen also okay wir machen fifa wir gehen in fifa rein und jetzt entscheidet sich mit wem ich fifa stream muss es können krachen sehr gespannt entweder ist es schieber oder ein zuschauer das den hacker 007 dann wollen wir mal ist es okay für dich dass wir im dortmund strikot spielen ja ja guck in die einheit verwurstete schieben das kriegen wir hin aus mit der ball annahme nicht so sauber das ist natürlich und ein freistoß holy shit ich dachte ein meter und rot da ist wirklich das beste rausgeworden was möglich war ich dachte glatt kroner und der fisch an mauer pariert auch jetzt gar weil das kalte rote ist weiß ich nicht mehr aber ich schieße ist das ja voll war ein rot ja du kannst du auch schießen schießt mit kardos ausriss oben rechts im winkel aber sie haben sicherlich der 1 kreis da machen gut so ja mann hat tempo das weiß er 1 kreis 2 0 führung ausgebaut kurz vor der halbzeit und feier die knall die duna park wir dürfen unsere fans nicht enttäuschen lag und der hat alle uhr macht das ding 10 das ist ja 2 0 let's go long raus das fisch das war's back to back fortnight auf fifa innerhalb von zehn minuten oder wat danke dir mal lieber wie sollte ich dich nochmal nennen ey das denn bro ich danke dir vielmals dass du mir hier in der winchallenge geholfen hast sehr sehr solide gespielt ich wünsche dir auf jeden fall noch viel spaß beim stream klubschen und ein schönes restwochen ende wir drehen am glücksrad mit wem muss ich in rainbow rollen ist es ein zuschauer streamer oder vielleicht ein random es ist ein random und jetzt gehen wir rein ganz entspannt in spielen schnelles spiel schnelles match jalla und hier in diesem modus müssen wir einfach nur back to back win random du es verteidigen egal ich habe gemessert wenn ich so ein fettes misstviech ich und sledge haben ehlichkeit er macht gleich gleich stoffwärmigkeit da ist zu fest hab ich noch nicht gesehen die erste runde demo ist so ein bruch digger Hohoho Digga 0-3-1 aufs Fressbrett gekriegt Letzter verbleibende Gegner Der Letzte Bruder ich hätte fast 3 Kills gemacht Oh nein Bro Bro nicht dein Ernst Oh nein So schlecht 15 Sekunden Let's go Aber wie zu macht sagt was er wollt Fack dir runter 15 Sekunden Mann es war auch wieder gut gespielt aber wurde nicht belohnt weil wir beschissen sind Ja Jawoll Bamm Junge Okay wir haben unseren ersten Wind eingefahren Jetzt fehlt nur noch der Back to Back Wind Ein Gegner verbleibende Ein Gegner verbleibende 3 Kills Ah und das ist der zweite Oh jawoll 1-1 let's go Ein so Das ist wirklich das größte Missspiel was ich jemals gespielt habe Die Suche braucht viel zu lang Also wir werden Rainbow Six auf Unbegrenzt verschieben Müssen leider Rainbow Verlassen Weil die Server Das ist nicht zumutbar Welches Game jetzt Alle schreiben Fallgeist Aber erstmal im Glücksfach drehen Mal schauen Was mit wem wir jetzt in die Fallgeist Duo Session reingehen Nicht nochmal ein random Duo Nicht nochmal ein random Duo Mich dreht Bisschen anderes Spiel gehen Vollgeist ist ein Bruch Welches Spiel als nächstes Wenn das Spiel nicht Ihr auch nicht Das kann Spaß werden Spiel mal 5-100 Zuschauer Spiel auch zu Ja ich spiel mit dir Aber ich bin übel Kacke Lass uns mal rein starten in das Ding Erste Runde so Final State mit euch Als letzten Trissor müssen wir Bei der 1 Ab mal rein Der ist weg oder? Von hinten Die Shale ist weg Oh mein Gott Ich wurde komplett auseinander genommen Meine M ist einfach zu beschnitten Ich geh jetzt hier hin Holy Shit Was ist ein Erfolgserlebnis Euch muss gehilft werden Hier vorne bei mir wo ich gestorben bin Achtung der kommt hoch Let's go Wir müssen nicht hochkommen alle gemeinsam Sonst geht's am schnellsten Der hier knallt's komplett da oben Dreht's einen völlig Wir haben's fast Wir haben's fast Oh nein Da kommen 2 aus dem Treppenhaus Nein Machen wir's Es ist so knapp Nein nein es ist so knapp Wir haben's ja Wir haben's ja Wir haben's ja Hinter mir hinter mir Havin Noch einer Havin Boah auch coole Kills gemacht So grenade auf jeden Fall Sie haben's gewonnen Haben wir gewonnen Haben wir gewonnen Das ganze Game Das ganze Game Ja DGs 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 Also ich sag's euch wie es ist Wenn ihr gerade nicht wisst was ihr zu zocken habt Wieso umsonst Ladet's euch runter Das ist keine Produktplatzierung Geiles Game Ab noch ein Ab noch ein Absolut alles Hinter dir Was wie hat der mich geholt Das ist nicht denkbar Der ist weak übrigens Der ist weak Da ist noch einer Am Tresor Havin 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 Komm 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 Barrikade hier hin Und noch einer Boah das ist kein F.A Kann er hatten auch noch einen Wir haben das 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 Back to back Jawohl Let's go Let's go G-Klis First try Ja Dann würde ich sagen Geil Danke dir dafür dass du mir die 2 Wins eingefahren hast Beziehungsweise ein Back to back win Und einfach mal oben da auf das Herz klicken Liebe da lassen für die Unterstützung Vielen Dank Vielen Dank Hack TV Bisschen guter Macht auf jeden Fall Ich glaube ich glaube ich war eine geile 2 Runde Alter Jungs Danke 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 Alle wollen in die Zone Jeder möchte in die Zone Geben wir in die Zone Das erste Mal übrigens auch warzone 3 Für mich Das ist wieder ein kleiner Streamer der 0 bis 5 Zuschauer hat Er ist gut Er ist Level 250 Keine M***er Wollen wir vielleicht ein anderes Spiel äh Davon schieben Ich würde tatsächlich dann in Rainbow reingehen Da meldest du dich einfach in 2 Stunden Mein bester Ja können wir ganz so machen wie du willst Dann schreibe ich hier direkt Machen wir so Würde ich so festhalten Ja Du Wöck Wegsau Was ist das denn Was ist das denn Ohja cool zum fünften mal jetzt so ein statement gesetzt damit die nachbarn wissen dass ich noch live bin und dann wollen wir das ist das erste mal warzone 3 froh ich weiß gar nicht oh mein gott hat er mir eine helmbombe verpasst wir machen das noch wir machen das hat mich wieder gewollt war eine legende ich habe den besten streamer der welt gefunden jetzt wird sich zurückgelehnt wir werden von zwei sportlern durch die lobby getragen machen wir weiter im text so man es jetzt bitte sagt mir dass das die winning und wird das wird sie jetzt wird sie auch ja safe das gas kommt näher das ist japanisch mit mir das ist noch mehr er hat es gefordert du bist noch mal da noch ich muss runter springen nein box morgen wenn es morgen nur noch zwei das ist der erste das ist der erste ich sag wir holen ihn mal hin guter call ich glaube ich bin gestorben und das ist fein oh mein gott was ein held das ist der back-to-back-tour jungs ist euch das bewusst wer hat gesagt dass das lost bei mir ist einer oh shit oh shit oh shit wir haben gut cash in the cash jetzt lass sie in ruhe versuchen zu kaufen aus grazie miller hvor bist du dort fuck das ist auf dem ball gehen kuget es nicht zu sein drauf es geht nur um den win auf mich glaube ich 1 in die Hand, ich gebe 1 in die Hand, zieh doch endlich durch. Oh, keine gute Entscheidung. In der Bildschirm, nein, auf der Bildschirm drauf. Auf der Bildschirm, guck mal auf dich, guck mal auf dich zu nehmen. Scheiß MTZ, Waffe, komplett overpowered. Ach, kreis, ich hab was auf den Sniper kaputt. Oh mein Gott. Was ist das? Es geht um mich zu sehen. Ich mach mit ihm. Die Hand, ich muss mich in das. Was ist das? Das Ding ist over. Hugo, hast du den Hut gemacht? Hol, ein bisschen Testo. Da sagt keiner eine Testo-Spritze für zwischendurch. Boah, ich könnte absaften jetzt die entscheidende Runde. Zwei gegen ein, bitte gön. Da ist er. Danke. Let's go! Meine Fresse hat das gedauert hier, diesen beschissenen Rainbow Six Runden. Endlich haben wir es hinter uns. Wir gehen jetzt rein in MV3. Wir müssen schauen, mit welchen Mates wir das Ganze absolvieren dürfen. Es ist so, dass wir da noch einen Back-to-Back-Win brauchen. Wünscht mir viel Glück. Ich hoffe, es ist ein kleiner Streamer, weil kleine Streamer kann man sich viele Leute aussuchen. Random Duo ist immer ganz gefährlich. Also es wäre dann ein random Squad ohne... Oh nein. Das ist doch nicht Sinn und Zweck der Sache. Okay, ich möchte jetzt einfach performen. Ja, schon mal wichtig für Selbstbewusstsein. Ersten Kill gemacht. Einmal auf lange Distanz mit einer MP ist halt nicht so dufte. Ja, tot ist tot. Boah, was ein Laser. Ein bisschen Schleppball macht Spaß. Was? 100 zu 57! Kanalwetter auf. Ja, schaffen wir den Back-to-Back-Win? Ja oder nein? Hab ich dem grad einen Sniper gegen fucking Revolver? Ich hab dem grad wirklich den Revolver in die Fresse gedonnert. Geil! Achtung. Boah, das waren gute Kills. Den anderen hätte ihn noch fetzen müssen. Und ich hab aber noch drunter das Spiel. Bitte komm schon, Jungs. 4 Sekunden, 7 kills dann wird nichts mehr. Und... EGOL! Wer hat gewonnen? Let's go! Back-to-back! 94 zu 61! Mit wem muss ich das Spiel Party-Animals bestreiten? Ich bin sehr gespannt. Bitte nicht nochmal Random Duo. Das würde ich nicht packen. 5 bis 100 Zuschauer-Streamer. Not bad! Er hat alle Kriterien erfüllt. 9 Zuschauer mit Facecam. Er hat alle Kriterien erfüllt. Einzel-Chat-Wer sagt, der ist es. 9 Zuschauer mit Facecam. Discord. Jetzt. Also wirklich, dass ich mit dem Stream einfach mal in den Discord gehe und zusammen die Win-Challenge durchballer. Ist krass, bin ich ehrlich. Ich hab aber ein bisschen Angst davor, dass der trollt. Soll ich den Hund runter schlagen? Ja, ja, der bricht jetzt runter, glaube ich. Ooooooh! Holy shit! Jetzt ist Ende. Wir haben's. Hast du die Bombe geworfen? GG's! Let's go! Das ist so gut gemacht, Ablo! Wahnsinn! Jetzt ist hier Schluss. Jetzt ist hier Feierabend. Hä? Was ist das bald? Was ist das bald? Was ist das bald? Hab alle runtergeboxt! Jawoll! Ist das der erste Win? Let's go! Ja! Mit der Maus und der Natur performt! Wichtig! Ja, der eine boxt wie Mike Tyson, du Retter! Hab der mit den Tod gerissen, bin ich dir ehrlich. Aber das müssen wir doch haben! Guck doch mal nach oben! Back-to-back eintragen und bestätigen. Oh, meine Bremse ziehen jetzt hier. War perfekt, Digger. Hehehe! Let's go! Let's go! Die Chance war hier 50-50 zu gewinnen. Instant den Bank-to-Bank mit Dablo eingefahren. Richtig und richtig. Das war's. Wer auch gern mal ein Shoutout an Dablo. Könnte auch mal gern reinfolgen in dein... In den... So, ich ratee. Ciao! Oder so. Er redet instant rüber. Oder so. Zu mir. Er redet instant rüber. Viel Spaß noch beim Zuschauen. In Valorant müssten wir spin, Chat. Da hab ich Angst vor. Was? Never ever! Let's go! Was? Never ever! Let's go! Das sieht gut aus! Der spielt mir niemanden! Arme Chef. Der weiß wirklich nicht worauf er sich eingelassen hat, ne? Let's go! Also... Wichtig, Chat! Dass wir hier auch mal ein bisschen Kills machen. Damit der Mann nicht denkt, dass wir komplett mit den Pedalen spielen. Das ist relativ taktisch bedingt, das Ganze. Chef Strube sagt auch nicht so viel. Ich möchte mit dem so ein bisschen ins Gespräch kommen. Das ging ganz schnell um. Das ging ganz schnell an. Nee. Also Noah, du musst dich jetzt ein bisschen anstrengen, du musst ein bisschen spielen. Ich werde spielen, sag mir was ich machen soll. Du musst ein bisschen rein, die Leute flashen, so irgendwas. Ja Bro, ich kann nichts machen, die sind so viel besser. Nee, egal was ich hier mache Bro, das sind 3 Leute, die das Spiel können, hier guck dir den an wie der spielt Bro. Das ist krass. Ja, das hab ich sofort auch gemerkt. Das kann ich nicht carryen, das kann ich carryen, ich hab halt auch nicht den Agent dafür. Da kann ich nichts machen Bro, lass es durch, lass es durch, das gewinnen wir nicht. Digga, ist das bitter. Auf da, zeig ihm wer der Mann ist. Stark Junge! Let's go! 13,12 ist Ende, ne? Hey? Ja. Egal wer jetzt geht. Wait. Sat in death, bist du dem Scheißhaufen? Can I go out? Nice Bro. Turn the wall. Watch out behind, watch out behind. Can you hear me? Heal? 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 1,2,3,3. Boah, das finde ich der beste! Du Macher! Was ein fettes contact, Digga! Spannender ging es gefühlt nicht! also bruder was ein geisteskrankes match für das youtube video besser kann es nicht werden chef strubel absolute bruch meckert mich an dass ich ein haufen scheiße bin was ich bin gerne oben aufs herz klicken auch mal chef strubel folgen wenn euch solche art von streams gefallen sollte ja man ist auf jeden fall ein macher deutlich besser gameplaytechnisch relevant als ich also für besseres gameplay und und flüster content ja mal rein folgen der taktische fuchs ja hier ist niemand neun leute wo ich könnte dreier's gut weghauen das ist es die kunde jetzt knallt achtung die machen gar keins nicht ja so der ruhe und der krank auch außer sind noch mal eins gedrückt habe einen genockt ja zwei kills alles so laut er kommt weiter oben hinter dem mauer allerdings sehr stark sehr stark maschine sehr stark sehr stark sehr stark ich habe noch eine drohne zu poppen extra noch geholt und mich seiner jungs ich brauche ich ich glaube ich nicht kein stress mehr ich habe noch eine drohne hier ich bin einfach kaputt geschlagen ich bin einfach kaputt geschlagen alles gut sehr sehr geil wirklich vielen dank und ja dann würde ich sagen wenn ich mal einen guten maid bruch in warson weiß ich auf jeden fall wo ich ihn finde ich hoffe natürlich trotzdem dass wir dich in der icekammer sehen ja das muss ich natürlich an der stelle event haben du drecks auch scheiße man auf keinen fall damit festgehalten da wird festgehalten tablo macht dich zur legende oh mein gott tablo stirbt das gibt es nicht absaften der sogenannte mega cool ein einziger win fit oder dann haben wir es geschafft mit dieser beschissenen verwursteten mist win challenge nur noch drei teams oh mein gott drei gegner die uns jetzt noch die show vermassern können ich glaube darunter sind das 1 stream sniper team weg der hex das war gerade auch das finale und ich bin ganz da unten gefallen wie so ein vermassertes missfliech ach dicker wenn ich jetzt verliert drehe ich komplett durch das ist der letzte win das ist das finale das ist das letzte game welches in dieser winchall vielleicht noch gemacht wird und es kracht brutal klatsch angst war ich das gut alt το äh ag 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 sa ag 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 das war es von mir wir haben exakt 35 stunden er braucht um die back to back random tools beziehungsweise random made winch challenge abzuschließen wir haben es jetzt 9.01.2023 um 1.57 gegen einzelnen da draußen für den support hier im stream und natürlich auch wenn euch solche art von challenges gefallen sollte lasst doch gerne like und abo da und lasst mich gerne in kommentaren wissen was ihr als nächste challenge haben wollt dachte mir das ist eine geile sache um kleine streamer zu supporten ein bisschen aufmerksamkeit zu schenken und vielleicht den stream noch ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten beziehungsweise die challenges in dem sinne wieder schauen und reingehauen